Das Bundesdenkmalamt nimmt seine Aufgaben in ganz Österreich wahr. Es gibt keinen Bezirk, keine Gemeinde und wohl auch kein Tal, in dem nicht zumindest ein Denkmal steht. Bei allem Reichtum und Vielfalt unseres kulturellen Erbes ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Eigentümern und Eigentümern, mit lokalen Initiativen, dieses kulturelle Erbe in die Zukunft zu bringen, Lösungen zu finden, dass diese Denkmale belebt, bewirtschaftet werden. Kaum etwas ist so nachhaltig wie ein Denkmal. Denkmal sind Ressourcen, Gebäude, die über Generationen genutzt, belebt und bewirtschaftet werden.